Okay Leute, rein geht's auf Hawkins gegen hoffentlich den neuen Billy Boy. Ich höre noch keine Chainsaw. Ich höre hoffentlich gleich eine Chainsaw. Weil wir haben jetzt einen neuen Patch draußen und hatten schon eine Rin und eine Nurse. Aber ich will eine Billy. Warum spielt keiner Billy? Hoffentlich spielt jetzt hier mal Billy. Aber irgendwie... Oh! Oh! Bitte sagt, das ist kein Bubba. Bitte sagt, das ist kein Bubba. Wenn das ein Bubba ist, ich disconnecte. Wenn das ein Bubba ist, ich disconnecte so hart. Ragequit. Ich bin raus, ich will Billy sehen. Ich lauf sogar hin, Bro. Es ist Billy. Es ist Billy. Und Billy ist momentan unfassbar fun. Ich habe ja auch schon Video-Team rausgeballert. Könnt ihr euch natürlich gerne geben. Ist einfach nur mega, mega geiler Killer zu spielen. Und gegen den Killer zu spielen ist doch immer... Ohohoho. Ohoho. Peak. Er ist in meinen Augen momentan auf beiden Seiten die Nummer 1. Wenn ihr Billy facet, es macht Spaß. Wenn ihr mit Billy spielt, es macht Spaß. Wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und jetzt will ich nur chase. Also Nia, hör auf. Nia, hör auf. Das meint, Chase. Ich muss ein bisschen trainen hier. Ich muss ein bisschen trainen hier. Try me, Billy. Try me. Ich muss mal ein bisschen verstehen, wer der Gamer ist. Ich muss ja toxic sein auch mal. Ach so, du bist im One. Ja komm, Frieden, Palette, kleiner. Ja gut, ja gut. Wenn du dich gut damit fühlst, zu einem One als Billy. Ja, dann weiß ich auch nicht, Bro. Dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, ne? Dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, Bro. Dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, Bro. Ja, schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal, wie das laufen wird, mein Freund. Ja, Bruder. Ich zeig's dir schon noch. Ich zeig's dir schon noch. Jetzt weiß ich, dass du ein M1-Billy bist. Jetzt hast du gar keine Chance mehr. M1-Billy. Ja, Cringe. M1-Billy. Peinlich. Spaß natürlich. Aber bitte rett mich mal, Homie. Okay, nice. One, nice. One, dank, Bro. Kuss geht raus. Und wie ihr merkt, ich bin ziemlich eppi, eppi, eppi. Weil Billy einfach nur Bock, Bock, Bock macht. Und jetzt ist er in Overdrive. Und wenn er im Overdrive-Modus ist... Das ist ne Maschine. Er ist sowieso schon ne Maschine, aber im Overdrive-Modus ist er die Maschine. Oh mein... Er zerstört mich so hart. Oh, man. Er gab mich aber auch Live-Bond mit, oder? Bin ich lost? Vielleicht flashlight ich auch einfach nur wie das größte Stück Dreck. Das kann auch sein. Oh, man. Oh, man. Okay. Ich will einen geilen Chase. Komm, bitte. Einen geilen Chase, Billy. Fokus mich. Ich will gefokust werden, Billy. Bitte, Billy. Billy, bitte. Nein, Nia. Nia? Vor wem hast du Angst, Bro? Nia? Ich glaub, Clunia stirbt bald. Stop. Das ist so ne Maschine. Holy shit. Du willst nicht hier gehealt werden, glaub mir. Komm her, Boy. Bro, ich will dich. Try me, Billy, try me. Nicht sie. Nein. Mich. Lass sie in Ruhe. Billy, who? Oh. Oh. Komm mal her! Auf dem Boden der Tatsache! Oh, bro. Bist wirklich in M1, Billy, ne? Komm her, Billy! Versuch's! Try me, Billy! Billy Boy! Nein, nein, mate, nein! Okay, Billy Boy! Billy Boy! Fangen wir mal! Fangen wir mal, Billy Boy! Billy Billy Boy! What's popping? What's popping? Das glaube ich nämlich nicht, dass du das hinbekommst. Billy Billy Boy! Was? Das ist bullfett! Nein! Aber okay, ich glaube, man hat schon gesehen, Billy is scary, Billy is Monster. Billy macht einfach nur Spaß des Todes. Und ich habe schon sehr viel Bock. Sehr viel Bock, so oft wie möglich mit ihm und so oft wie möglich gegen ihn zu spielen, weil das einfach nur ein fantastischer Killer ist, der, ja, Spaß des Todes macht, auf beiden Seiten, wie gesagt. Schreibt mir natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem neuen Billy, egal ob es jetzt darum geht, Billy zu facen oder mit Billy zu spielen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Bis zum nächsten Mal, Leute.